Der elektrische Hochentaster Einhell GCC 7520 T Praktisch und effizient in der Pflege und Wartung von Grünflächen Vereinfacht das Erreichen auch der höchsten Äste mit äußerster Leichtigkeit und direkt vom Boden aus Dank des teleskopischen Aluminiumstabs Und verwirklicht so einen zeitnahen und präzisen Eingriff bei jeder Art von Vegetation Der gummierte Auflagebereich garantiert nicht nur eine optimale Haftung während der Nutzung Sondern harmoniert perfekt mit der operationellen Intuitivität des Werkzeugs Die akribische Ingenieurskunst des Kettenspannmechanismus befreit von der Verwendung zusätzlicher Werkzeuge und Zubehörteile Während der verstellbare Gurt in Synergie den betrieblichen Komfort maximiert Indem er sich in Bezug auf Passform und Praktikabilität an jeden Benutzer anpasst Der Öltank ist mit einem sichtbaren Kontrollfenster ausgestattet Was die Überwachung des Ölstands des automatischen Kettenschmörsystems vereinfacht Der Ölstands des Kettenschmörsystems vereinfacht Der Ölstands des Kettenschmörsystems vereinfacht Der Ölstands des Kettenschmörsystems vereinfacht